Herzlich willkommen in der Zahnarztpraxis Dr. Falk Gerath. Bei uns erwartet Sie innovative Zahnmedizin auf höchstem Niveau in angenehmer Atmosphäre. Denn bei uns sind Sie im Mittelpunkt. An erster Stelle steht für uns dabei die medizinisch optimale Beratung und Versorgung in allen Fragen rund um Ihre Zähne. Wir sind Ihre Spezialisten für Zahnimplantate und können jedem Patienten wieder zu festen Zähnen verhelfen. Unter Einsatz modernster Technik bieten wir Ihnen innovative Konzepte für lebenslang ästhetisch schöne Zähne. Unser Leistungsspektrum umfasst Zahnimplantate, Parodontosebehandlung, also die Therapie von Zahnwetterkrankungen, ästhetische Zahnheilkunde mit modernen Vollkeramiken, Prophylaxe zur Erhaltung Ihrer Zähne, die Therapie von Kiefergelenkserkrankungen und vieles mehr. Ihre Gesundheit ist ein kostbares Gut. Wir sind darauf bedacht, Ihre eigenen Zähne so lange wie möglich zu erhalten. Mit modernen Behandlungsmethoden in der Parodontologie können wir ein Fortschreiten der Parodontose verhindern und wir sind darauf spezialisiert, neue Knochen aufzubauen. Für uns sind Sie Partner für ein schönes Lächeln und das ein Leben lang. Auf Ihren Besuch freuen sich Dr. Falk Gerath und das gesamte Praxisteam.